Oh, dass ich ein Idol werde, dass ich ein Model werde, dass ich eine Milliardärin werde, dass ich schlauer werde, dass ich keine Hausaufgaben bekomme, dass ich nicht mehr zu Hause helfen muss, dass ich mehr Taschengeld bekomme, dass ich nie dick werde, dass ich... Oh, guten Morgen, Rin! Wow, das sind viele Wünsche. Als ich zu Hause war, habe ich direkt alles aufgeschrieben. Hat was davon funktioniert? Nein, nichts. Hätte es funktioniert, dann wäre ich jetzt ein Idol, eine Milliardärin oder ein Model. Du sagtest doch, dass es nur klappt, wenn wir es uns zu viert wünschen. Stimmt. Aber weißt du, wie Natsu, Miyazaki gerade drauf sind? Streiten sie noch immer? Beide sind total dickköpsig. Hoffentlich vertragen sie sich bald wieder. Wenn die beiden sich endlich wieder vertragen, dann sind sie ein unschlagbares Team. Ja, zusammen sind wir alle ein unschlagbares Team. Hoffentlich vertragen sie sich bald wieder. Hä? 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 Was hast du jetzt zu suchen? Es ist ja nicht so, als wäre ich gerne in deinem dummen Zimmer. Nein, es ist nicht dumm. Lass das, es ist viel zu heiß. Lass mich los. Lass mich jetzt los. Was soll das denn jetzt? Ich komme nicht weg. Schlupf jetzt. Lass mich jetzt los. Lass du mich los, das ist nicht lustig. Was machst du denn da? Hör auf damit. Was zum Teufel? Irgendwie klebe ich an dir. Oh. Was in aller Welt passiert hier? Ist das wahr? Könnte der Wunschstein etwa... Sei da nicht albern. Ein Stein kann doch nicht so eine Kraft... Aber wir sind wirklich geflogen, das weißt du. Das ist dieselbe Kraft wie gestern. Oder machst du das etwa mit Absicht, hä? Sag schon. Natürlich nicht. Siehst du? Da muss was Übernatürliches dran sein. Aber sowas haben wir uns doch gar nicht gewünscht. Ich mir auch nicht. Yuka! Diese kleine... Was soll das werden? Hä? Gar nichts. Und los, gehen wir. Warte mal. Willst du etwa so rausgehen? Hä? Muss es unbedingt mein Kleid sein? Du willst doch nicht wirklich, dass ich in Unterwäsche rumlaufe. Schnappen wir uns, Yuka. So schnell es geht. Es passiert rein gar nichts. Also, ich glaube echt, wir müssen alle zu viert sein. Ich hoffe, dass wir alle bald wieder zusammen sind. Ja, das hoffe ich auch. Eins. 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 Vielen Dank.